Dieses zum Kauf angebotene Sechszimmer-Reihenendhaus befindet sich im Kreis Neuwied. Das im Jahr 1960 erbaute Gebäude verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Keller und zwei Außenparkplätze. Es hat vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 200 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 173 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 126.000 Euro. Wüstenrot Immobilien GmbH steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.